Mit jeder Tasse Kaffee vom Coffee Circle trägst du dazu bei, dass die Lebensbedingungen der Kaffeefarmer und ihrer Familien hier vor Ort besser werden. Denn pro verkauftem Kilo Kaffee fließt ein Euro in Projekte, die wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort und unserem Partner der Welthungerhilfe umsetzen. WASH steht für das Konzept Water, Sanitation und Hygiene und genau darum geht es in diesem Projekt. Gemeinsam mit dir erreichen wir, dass mehr als 18.900 Menschen in der Region Jima in Äthiopien Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Aktuell befinden wir uns mitten in der Umsetzung. Die Humetia-Quelle ist bereits erschlossen und versorgt durch fünf Wasserkioske mehr als 6.700 Menschen in den Kaffee-Kooperativen. Die zweite Quelle folgt schon bald. Das größte Problem ist, dass das Wasser schlicht nicht sauber ist und dadurch entstehen die meisten Krankheiten. Das zweite Problem ist, dass die Wasserstellen sehr weit auseinander liegen und insbesondere Frauen und Kinder das Wasser holen. Das führt dazu, dass die Kinder nicht in die Schule gehen und gerade bei Nacht sind es sehr gefährliche Wege, die die Frauen zurücklegen müssen. Sanitäranlagen sind kaum vorhanden und werden in sehr schlechtem Zustand. Zudem fehlt Basiswissen beim Thema Hygiene. Wir erschließen deshalb zwei Quellen für fünf Dörfer und installieren sogenannte Water-Kioske als Ausgabestellen. Zudem installieren wir Sanitäranlagen, insbesondere an Schulen und bilden sogenannte WASH-Trainer aus, die das Thema Hygiene in die Communities tragen. Danke an jeden Einzelnen, der zur Umsetzung des Projektes beiträgt. Water is life, so keep it safe.